Sehr witzig. Ein kleines Feuerchen. Gott sei Dank. Die schönste Zeit des Jahres beginnt wieder. Ach du Scheiße! Richtig ist es alles einwandfrei. Das kann wirklich nach hinten losgehen. Die neue Staffel. Das Duell um die Welt. Team Yoko gegen Team Klaas. Ab Samstag, 20.15 Uhr. Pro Sieben. Es ist wirklich alles rechtlich in Ordnung. Von Raub, von Überfällen waren wir bereit, sämtliche Straftaten in Kauf zu nehmen. Wo andere nur Fakten sehen, hören wir genauer zu. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass ich schwarz bin. Wo andere Schlagzeilen jagen, zeigen wir Gefühl. Wir wollen verstehen, was Nachrichten wirklich bedeuten. Da drüben sind noch hunderte Häuser mehr. Und zeigen die Menschen hinter den Geschichten. Unsere Neuigkeiten zu einer neuen Zeit. Ab jetzt immer mittwochs um 21.15 Uhr. Oder kostenlos auf Join. Komm auf der Stelle hierher, wenn dir die drei Dinge, die du am meisten liebst, wichtig sind. Stellst du dir gerade die Kinder vor? Ja, mein kleiner Honig-Senf. Die Simpsons mit neun Folgen. Heute 21.10 Uhr. Pro Sieben. Jetzt geht es weiter mit der Sendung. Präsentiert von dem neuen Gewinn-Arena-Alexa-Skill. Einfach, sicher, gewinn. Nachdem ich dem Hausmeister...